Servus Leute, mit dem zweiten Teil von Michels M4 Umbau hat es leider nicht so optimal geklappt mit dem Drehen. Ich zeige euch jetzt einfach das Endergebnis, dass ihr da mal ein bisschen einen Einblick bekommt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil geworden mit der Folie, mit den neuen Felgen, Tiefer, Carbon-Teile etc. Schaut es euch einfach mal an und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem restlichen Video. Und checkt gerne Michels ab. Macht's gut, ciao. Und ja, damit ihr Bescheid wisst, der M2 und der M4 gehören beide an der Michelle, allerdings sind es zwei verschiedene Personen. Also haut rein. Servus Leute, ich bin Sascha, willkommen zum neuen Video. Ihr seht schon, heute haben wir einen BMW M2 Competition da und keinen normalen, sondern einen schönen umgebauten von der Michelle. Wir schauen uns den heute gemeinsam an. Viel Spaß für den Video. Erst den richtigen M2. So Leute, der M2 Competition haben wir hier stehen. Ihr seht schon, keine Serienfarbe, sondern mit Folie und noch vielen anderen Sachen. Aber das schauen wir uns gleich einmal gemeinsam an. Zum M2 Competition vielleicht gleich mal zum Anfang. Competition, also den normalen M2, gab es ja vorher mit dem N55 Motor. Der M2 Competition kam ungefähr 2018 raus mit dem S55, was das Ganze ja auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Vorher war es so, ja, ein kleiner M, sage ich mal, mit dem S55 im Competition Modell wurde das dann so gesehen vom Motor auf die gleiche Stufe wie mit dem M4 F82 oder F80 M3 gestellt. Was auf jeden Fall ein guter Schritt war. Und den Wagen haben wir jetzt hier auch da mit dem S55 Motor. Lass uns gleich einmal drum herumlaufen und kurz mal über die Umbauten sprechen, bevor wir über den Motor reden. Was natürlich extrem auffällt, ist hier die Rad-Reifen-Kombination. Das sind Jidu Performance Felgen und zwar hochglanzverdichtet, was ja ein sehr, sehr geiles Detail ist, finde ich. Normale Alufelgen strahlen im Vergleich zu hochglanzverdichteten Felgen einfach mal überhaupt nicht. Die hier sind jetzt also hochglanzverdichtet. Das ist dann ein Verfahren, das nachfällig mit den Felgen gemacht wird, über die Oberfläche verdichtet wird, um den Glanz hinzubekommen. In dem Fall jetzt hier, weil der Wagen mehr oder weniger im Alltag bewegt wird, ist es so, dass dann nochmal eine Schicht Klarlack rüberkommt oder kam. Hat einfach den Vorteil, dass sie nicht so schnell abstumpfen durch äußere Einflüsse und einfach für den Alltag gewappnet sind. Der Glanz leidet natürlich unter dem Klarlack etwas, aber dennoch deutlich, deutlich krasser, als wenn es jetzt einfach normale Alufelgen wären. Ansonsten Thema Folie. Michelle, sag mal ganz kurz den Farbton von der Folie. Was für eine Folie haben wir denn hier drauf? Das ist einfach matt Metallic. Okay, also gar keine spezielle Namen von der Folie oder sonst was, aber mattes Grau, finde ich, steht dem Wagen auch sehr gut. Kommst du mit? Wir schauen einmal kurz gemeinsam rein. Innen ist ja so gut es geht Serie, wie mir mitgeteilt wurde. Wir haben hier die blauen Ziernähte. Ist ja beim M4 Competition alles in weiß, aber hier, filmen wir auch mal auf die Rücksitzlehne, sieht man das auch. In blau hinterlegt. Eigentlich ein ganz schönes Detail. Lenkrad ansonsten wie beim M4 Competition, bei mir zum Beispiel mit den M-Farben, Stitching. Und wir haben hier offenporiges Carbon, also ohne Klarlackschicht drüber. Sieht auch ein bisschen anders aus, als dieses klassische Carbon, was man, sag ich mal, sonst so kennt. Was mir gerade auch noch auffällt, ist übrigens der erste in zwei Competition, den ich mir so im Detail mal richtig angucke. Die Einstiegsleiste gefällt mir sehr, sehr gut. Ist mit viel, viel mehr Schwarz hinterlegt. Beim M4 Competition ist es ja so, dass ihr da einfach eine Aluleiste habt. Finde ich hier auf jeden Fall eigentlich ein sehr, 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 sehr cooles Detail. Ansonsten hier Scheibentönung hinten, nachträglich. Das sieht man immer ganz gut an dem Rand außenrum. Da ist ja, wie sagt man das denn, wie ein, hier sieht man uns, diese Perforierung von der Scheibe. Und an dem sieht man meistens, ob die Scheibe nachträglich getönt wurde oder nicht. Hier ist es auf jeden Fall so. Auch ein sehr cooles Detail. Habe ich ja bei meinem damals auch gemacht. Bringt auf jeden Fall ordentlich was an der Optik. Von hinten sieht man direkt große Hecklippel, große Abrisskante. Weißt du das Modell hiervon? Was ist es? Auch nicht. Okay. Aber ist auf jeden Fall eine ordentliche Abdisskante drauf und ein anderer Diffusor. Haben wir da die Marke? Ja, haben wir auch nicht. Ist auf jeden Fall auch eine andere Diffusor drauf. Und kommen wir runter ein Stück. Die Abgasanlage, die kennen wahrscheinlich viele von euch. Und zwar ist es die 3 Zoll Grail Abgasanlage. Da gab es ja auch mal eine Kooperation von Aulitzki und Grail. Ist so gesehen die gleiche. Und das ist ja somit die, sag ich mal, am Markt weit verbreitete. Und auch, so wie ich denke, die lauteste. Also die hört sich echt mächtig an. Und die werden wir uns auch gleich nochmal anhören. In dem Fall ist es ja so, wie wir es schon gesprochen hatten vorher, M2 Competition. Die wurden ja nur mit OPF ausgeliefert. Obwohl es die schon um die 2, im Baujahr 2018 gab, gab es die hier als Competition-Modell nur mit OPF. Und der hier ist von der Abgasanlage so gesehen Serie bis auf den Endsteil-Dämpfer. Sprich, wir haben ganz normal die CAD drin und den OPF drin. Und hinten dann sprechen den Endsteil-Dämpfer dann die Grail Abgasanlage. Aber, ich sag's euch, wir sind ja gerade schon hierher gefahren. Hört sich auf jeden Fall geil an. Und da hören wir auch nachher mal noch gemeinsam kurz rein. Eine Sache noch. Der hier ist natürlich auch tiefer gelegt. Das sieht man eigentlich sofort. Sollte man meiner Meinung nach machen. Sowieso, wenn man eine andere Rad-Reifen-Kombination fährt. Weil sonst sieht das immer ein bisschen komisch aus. Fahrwerk ohne Felgen- oder Rad-Reifen-Kombination ohne Fahrwerk. Sieht ein bisschen komisch aus. Da fährst du lieber Serienbereifung und machst ein Fahrwerk. Also in der Reihenfolge macht es definitiv mehr Sinn. Und schraubst es runter und packst dann irgendwie Spurplatten drauf oder sowas. Dann sieht es anständig aus. Aber andersrum sieht es meistens etwas komisch aus. Deswegen, der hier ist auf jeden Fall auch tiefer gelegt. Da sind H- und R-Gewindefedern drin. Und ich würde sagen, das ist auch eine ordentliche Tiefe. Also arg viel Luft ist da nicht mehr. Und so ist aber auch noch eingetragen worden. Also alles noch im grünen Bereich. Generell bei dem Fahrzeug ist sowieso alles legal. Thema Ausfernlage habe ich euch ja gerade schon erklärt. Wir schauen auch gerade nochmal vorne in den Motorraum rein. Wie wir es gerade schon angesprochen haben, haben wir ja hier den S55 und wenn man da reinguckt, dann sieht es einfach eins zu eins aus wie beim F82, würde ich mal frech sagen. Wir haben die Carbon-Domstrebe, die ja, sag ich mal, wirklich ein Merkmal ist, was auffällt. Weil so eine u-förmige Domstrebe hat man ja sonst in wenigen Fahrzeugen drin. Vor allen Dingen Carbon. Motorabdeckung sieht fast gleich aus. Der Wärmetauscher vom Vase-Ladeluftkühler. Eigentlich fast alles identisch wie beim F82. Die zwei Ansaugbereiche für die zwei Turbos. Einmal da drüben und einmal hier. Also so gesehen fast identisch. Was ich sonst noch sagen muss. Wenn ich mir einen M2 kaufen würde, also erstmal würde für mich, wenn dann nur der Competition in Frage kommen, weil ich den einfach, gerade von dem Motorkonzept her, erst den richtigen M2, oder erst als richtigen M2 empfinde, dann wäre es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Nummer. Und was man halt sagen muss, der M2 ist einfach so ein bisschen kompakteres Fahrzeug. Es macht, glaube ich, nicht viel aus. Vom Radstand nicht viel und vom Gewicht her nicht viel im Vergleich zum F82, also zum M4 Coupé praktisch. Aber den Radstand wird man mit Sicherheit merken, ob man das Gewicht jetzt merkt oder nicht. Mag ich zwar zu bezweifeln, aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein cooler Wagen und auch optisch finde ich sehr, sehr geil. Gerade die Elemente hier vorne, die der M2 hier hat, mit den Einlässen, das finde ich so ein optisches Thema, was einfach heraussticht und was wirklich, wirklich top aussieht. Und auch die Niere ist ja von der Form her nicht ganz so klassisch, sondern ein bisschen die Länge gezogen. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes Detail. Also generell kann man auf jeden Fall sagen, der M2 Competition ist sehr gelungen. Und jetzt würde ich sagen, labern wir nicht mehr so viel, sondern kommen wir zum Thema Auslandlage und hören einfach mal rein, wie sich das anhört. Erstmal am Stand und dann denke ich, drehen wir auch gleich noch eine Runde. Und dann hören wir mal generell rein. Also bis gleich. Wir wissen, was wir gerade geredet haben. Ist ja an dem Fahrzeug mit OPF und mit der Auslandlage guckt man auf jeden Fall so viel raus, dass der meiner Meinung nach gleich laut oder laut ist, geht es mit einem anderen Fahrzeug, mit einem gleichen Motor ohne OPF. Also mein M4 F82 hatte ja kein OPF drin, sondern ganz normal Vorkatz, Nachkatz, Mittelsteil-Dämpfer, Endsteil-Dämpfer, also alles Original an der Competition-Anlage. Und der hier ist mit Sicherheit lauter und trotz OPF einfach aufgrund von dem ergernderten Endsteil-Dämpfer, weil einfach hinten raus dann sprayt, es rausgeht und nichts mehr an Dämpfung ist, wenn die Klappe offen ist. Können wir einmal die Klappe zumachen, ganz kurz. Können wir einmal ganz kurz hören, der müsste nämlich sehr, sehr leise werden mit der Klappe zu. Ist nämlich auch immer, ja, also es ist krass, wenn man jetzt den Unterschied hört von Klappe auf zu Klappe zu. Das ist immer das, was ich, finde ich, so geil finde an der Klappenabgasanlage. Du kannst in die eine Extreme laut werden und in die andere Extreme auch wieder leise werden. Vor allen Dingen, falls manche das machen sollten, die Abgasanlage doch illegal zu fahren, dass du mit geschlossener Klappe auch noch die Grenzwerte einhältst, also dass du praktisch leise es als Serie mit geschlossenen Klappen. Jetzt würde ich sagen, drehen wir noch schnell eine Runde und dann sehen wir uns gleich nochmal. So Leute, wir sind im M2 und jetzt geht es auch nochmal kurz in den Tunnel ran. Im Endeffekt ist es ja so gesehen relativ Serie auch von der Leistung her, aber wir haben gedacht, wir nehmen mal die Außenverlage doch ein bisschen mit und hören mal rein. Und Michelle gibt jetzt mal ein bisschen Gas und dann sehen wir, was da rauskommt. Also wie gerade schon gesagt, der ist auf jeden Fall lauter als jetzt ein originales Fahrzeug ohne OPF, also die Außenverlage kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn jemand eine OPF hat und auf jeden Fall was machen will, holt euch eine Außenverlage, weil dann habt ihr wenigstens ein bisschen Klangerlebnis im Vergleich zu den ganz normalen Serienanlagen mit OPF, weil da kommt wirklich wenig raus. Ich hatte einen guten Kollegen, der hatte einen M4 F82 mit OPF und allein der Vergleich da vom Non-OPF-Modell zum OPF-Modell ist schon groß und es nimmt einem schon viel an Fahrspaß. Aber ich würde sagen, ich gehe gleich nochmal kurz raus und wir machen kurz ein, zwei Vorbeifahrten und hört ihr das nochmal und dann könnt ihr euch da nochmal selber ein Bild zu machen. So, alles in allem muss ich sagen, sehr, sehr geiler Wagen. Und nochmal, ey, das kann ich noch reichen. Könnte ich mir wirklich auch vorstellen, gerade ein Tick kleiner als ein M4, aber gerade mit dem Motor, mit dem ganzen Thema auf jeden Fall richtig, richtig gut. Gehört haben wir ihn heute auch. Von dem her denke ich, dass das doch alles gut gelaufen ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch verändern würdet, ob ihr überhaupt noch was machen würdet, weil meiner Meinung nach optisch steht der wirklich top da. Das Einzige, was ich machen würde, wäre wahrscheinlich Leistung und vielleicht eine Ansaugung oder irgendwas. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr schicker Wagen. Und dann würde ich sagen, das war es schon mit dem Video. Wir sind soweit durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao.